Und wieder beginnt eine wunderbare Arbeitswoche im Tomatenbeet. Als Kind kam es mir so vor, als würden alle um mich rum im Schneckentempo kriechen. Los Leute, Beeilung! Ich wollte immer etwas schneller sein. Vergiss endlich mal diesen Tempoquatsch und fang verdammt nochmal an zu leben! Ich hab ein Leben? Du bist eine Schnecke und kein Auto. Ich hab's einfach in mir. Unsinn, du hast nichts in dir. Sagt wer? Die Natur. Mutter Natur. Ich wünschte, ich wär schnell. Das war knapp. Yeah! Hahaha! Yeah! Woah! Oh nein! Oh nein! Oh! Ja! Was passiert mit mir? Heute muss mein Glückstag sein. Ganz schön weit weg von zu Hause, was? Weinbergschnecke. Ich glaube, wir haben hier eine Heulsuse. Düsen wir los. Auf die Plätze. Kerti. Oh, ich werde gesendet. Komm schon. Mein Name ist Turbo. Oh, ich wünschte, ich könnte mich auch anders nennen. Wir müssen sofort weg. Die Welt endet. Was? Alles, worauf wir gerade stehen, alles hier ist bald weg. Ich nenne es das Ende. Dann, dann, dann. Wir brauchen eine Höhle. Ich kann euch helfen?